Hier sieht uns gerade niemand. Hat funktioniert, auch wenn wir nichts gestohlen haben. Okay. Kiran, da wandelte. Ah, er ist das. Okay. Ah, ihr seid neu hier. Ich spüre aber eine mächtige Aura um euch. Wir brauchen Leute wie euch. Diese Aura. Sie ist dunkel und mächtig zugleich. Wir können euch beibringen, sie zu erhellen und richtig zu nutzen. Ja, ich bin mir sicher. Wollt ihr uns beitreten? Erstmal Ausdauer abwarten. Ein Dremora. So, und wir schreiben den auch gleich als Ausbilder auf, Leute. Mal sehen, was er hat. Erstmal überzeugen. Hat leider nicht funktioniert. Schade. Okay, er kann blocken. Wer ist denn nochmal? Kiran. Kiran, der... Wandelnde. Und er ist bei den Waldwächtern. Und er ist bei den Waldwächtern. Und er ist bei den Waldwächtern. Okay, was kann er noch? Schmied. Und mittlere Rüstung. Schön. Dann üben wir doch gleich mal bei ihm. Fangen wir an mit Schmied. Auf 35 Punkte. Dann blocken. 36 Punkte. Und mittlere Rüstung. Das geht nicht mehr. Also, nochmal Schmied. 36 Punkte. Super. Super. Okay, bei denen geht das nicht. Ja. Ich werde euch nicht schlagen. Stellt eure Frage. Versuchen wir's mal. Schlafgemachtschlüsse. Das letzte Mal gestohlen. Schade, aber naja. Wie steht es um euch? Kann ich euch helfen? Sprecht nur. Gerade eben war das Symbol da, Leute. Jetzt ist es wieder. Schlafgemachtschlüsse. Schade. Okay, es ist ein Verbrechen, Leute. Ich dachte, ich darf's nehmen wie das andere auch. Das heißt, ab jetzt... Das dürfen wir nicht nehmen. Das auch nicht. Das ist, glaube ich, das Gleiche. Na, komm. Mist, das ist weg. Das wird euer Ende sein, Diebespack. Okay, Leute. Wir lassen das. Es ist... Ich glaube, das sind teilweise einer und... Und hier ist ein Einzelner und das hier ist ein... Ein solcher, ein Einzelner und... Egal. Fast der Neulinge. Chill darf ich nehmen. Die Kiste, der Neulinge. Ja. Lirikisten. So, so. Die Kälche darf ich auch nehmen. Da ist noch einer. Darf ich hier das Gold nehmen? Nein. Okay, ich lasse das Gold, Leute. Das ist... Ich glaube, das wäre zu heftig. Aber was ich gerne versuchen wollen würde... Wäre das da oben. Das Hinrichtungsball. Tschüss. Ich glaube, der Dremora sieht uns die ganze Zeit. Und ich bleibe einfach nicht auf dem Boden. Versuchen wir es einfach mal. Äh. Moment, halt. Ich habe keine Lust... zu ertrinken. Ja, diese blöden Bugs, Leute. Und was haben wir denn da? Niederasenbeschwörer. Das ist doch versteckt, Leute. Ich bin auf alles vorbereitet. Sprecht nur. Das kann ich aber nicht nehmen. Von hier aus könnte ich es sehen. Okay, ich versuche es jetzt einfach mal, Leute. Ich darf das nehmen. Das ist gar nicht zu nehmen. Es ist dazu... Mit Telekinese könnte ich es jetzt machen. Aber ich kann gar keine. Okay. Versuchen wir das mal zu öffnen. Ob sie uns das erlauben würden. Nein, würden sie nicht. Okay, dann lassen wir uns das erst mal... Hm. 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 Das ist entsperrt oder so versteckt. Ich will da hoch. Den Baum könnte ich fällen, lol. Hm. Hm. Einen Punkt nur. Drei. Einer. Zwei. Drei. Für die Erstellung hat sich auf 46 Punkte verbessert. Zwei. Drei. Hallo, das geht doch 1 bis 8 Punkte. Oder? Ja. Warum bekomme ich 7? Na bitte. Und schon kommen wir hoch. Okay, was haben wir? Alte Schwert. Das ist jetzt meins. Hier sind die Schlafgemächer. Ein gefährlicher Ort für unsere erleuchteten Wächter. Sie sind ungeschützt. Also macht hier keinen Ärger. Denn hier wache ich. Und mein Schwert hat schon auf Blut geschmeckt. Okay. Was kann ich für euch tun? Ich grüße euch. Worüber wollen wir reden? Euer Gesicht zeugt von Unwissenheit. Ihr solltet den Pfad der Erleuchtung einschlagen. Geht zu Kiran. Der wird euch erleuchten. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Hat nicht mehr funktioniert. Wie steht es um euch? Kann ich euch helfen? Ich bin ganz ohr. Bitte fahrt fort. Wie steht es um euch? Kann ich euch helfen? Ich bin ganz ohr. Bitte fahrt fort. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Schnapp den. Schade. Wie ich sehe, befinde ich mich in guter Gesellschaft. Was kann ich für euch tun? Dann drehen wir den. Wie steht es um euch? Kann ich euch helfen? Vielleicht kann ich von dem stehlen. Nein, kann ich nicht. Schade. Darf ich da rein? Schloss 100. Nein. Okay. Das sind der tolle Wichter. Nordmets. Gooma. Detrisches Daikatana. Nordische Silberstreitachs. Sturmklinge. Vokanglas Sturmschwert. Ebenerzspeer. Nordische Silberschwert. Sturmklinge. Okay. Das zählt als Diebstahl. Das wusste ich nicht. Starker Giftdrang. Den darf ich nehmen. Okay. Waldwächterhöhle Durchgang. Außerwäser. Um was geht es? Hat nicht funktioniert. Jetzt. Okay. 21 Dolph. Schnapp den. Schade. Ich grüße euch. Ich grüße zurück. Ich grüße euch. Worüber wollen wir reden? Darüber, dass ich gleich versuche werde, dich zu bestehlen. Okay. Er hat ja zwar nichts, aber es hat an sich funktioniert. Das ist für Oma. Das ist für Oma. Eine Glaslaterne. Ist er blind oder darf ich das wirklich nehmen? Okay. Da liegt noch ein bisschen was. Eins go. Oh. Märtyrerinrichtungsschwert. Langwaffe zweihändig. 1 bis 60 ist der beste Angriff. Wir haben euch schon genug Zeit. Schade. Beste Grüße. Leute, ich würde das gerne tauschen. Einmal Skoma darf ich nicht nehmen dafür, dass wir das hier noch einmal versuchen. Dann hält nicht die Waldwächter. Bitte sprecht. Ich höre ja zu. Lohrams Truhe. Skoma, Nordmeet, Mastee, Flynn und Todesengeldolch. Lebensenergie entziehen. Vier Punkte für 90 Sekunden. Huh, das ist eine heftige Verzauberung. Und es gehört uns. Ja, schade. Hätte ich auch gerne mehr gehabt. Okay, also die versuche ich jetzt nochmal. Ich hoffe, dass es funktioniert. Dätische Streitkolben, Nordische Silberkriegsachs, Sturmklinge, Vulkanenglasschwert, Giftschwert. Drei mal Nordmeet und Skoma. Das hat funktioniert. Dätische Kriegs... Okay. Feuerklinge. Nordische Silberkriegschwert, Vulkanenglass, Sturmklinge, Drei mal Nordmeet und Skoma. Hat funktioniert. Und den... Licht schon wieder! Ja, da liegt noch etwas. Der drischert euch. Könnte ich den erwischen? Ja, wäre möglich. 9 Kilo. Oh. Wir haben ihn. Den Dätischen Kriegsommer, den werden wir uns einander nochmal holen. Nicht jetzt. Was ist das? Ist da die... Okay, das ist ein Loch. Na egal. Ich möchte jetzt erstmal nach draußen, Leute. Ich werde draußen... Eine Art Zwischenlage aufbauen, wo ich das ganze Zeug hinpacke. Und dann können wir hier weitermachen. Erstmal alles bestehen und dann infiltrieren wir sie. Hehehe. Jetzt mal fliegst du? Ja, er fliegt. Okay. Ich weiß nicht, ob ich sie trauen soll. Ich packe das einfach hierher. Hier sieht mich niemand. So, altes Schwert. Das ist das Großschwert. Dätische Dolch. Dätische Streitkolben. Feuerklinge. Hinrichtungsball. Nordische Silberstreitachs. Nordische Silberkurtschwert. Stürmklinge. Todesengeldolch. Wo kann ich das Giftschwert? Wo kann ich das Stürmklinge? Dann noch mit. Mazte. Skooma. Starke Gifttränke. Da habe ich zwei Stücke irgendwie. Hier nehmen wir mal auf, Leute. Die Blitzresistenz. Okay. Die Waldwächter kann weg. Die Schädel können weg. Die Kelche. Und das war's erst mal. So. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich mache jetzt schon Schluss. Für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Dann werden wir morgen hier die Waldwächter machen, Leute. Und unsere Routine machen wir dann wieder am Ende der Aufnahme. Oder wenn wir mal überlassen sind und nach Hause müssen. Aber nicht jetzt. So, also speichern wir. Und dann... sehen wir uns morgen wieder. Ciao.